ja hallo mein name ist andres fritz und willkommen zurück bei city skyline so wir sind ja dabei das nächste monument zu bauen und zwar diesen eden park hier dafür brauchen wir noch diese den geschäftspark und dafür müssten wir tausende von industrie gewerbegebiete bauen also wir müssen jetzt noch ungefähr 1700 also wird das ja noch ein bisschen dauern so das baut hier so langsam vor sich hin dann machen wir mal hier in das feld noch ein bisschen davon aber da war erstmal die straße und dann machen wir es mal so ja das geht nicht und dann wie das gerade ding und machen wir das mal hier noch rüber und dann nehmen wir hier das gebogen und dann und dann haben wir hier dann machen wir mal hier noch eins rüber und finden wir das hier mal mit in das an doch große brücke falsche richtung ich möchte dass es nicht kaputt geht aber kurz pause so das reißen wir ab das machen wir so ob sie dann machen wir das so ja zack gut parking So, da haben wir das. Dann können wir wieder Play drücken. Und dann... So, und so. Zack. Upsa. Ah, Mama ist hier noch dran. Nein. Haha. Okay. So. Und so. Warte mal, jetzt haben wir da. Da, da, da. Hier haben wir auch. Hier haben wir, da haben wir sowieso. Da. Hmhm. Klar. Nein, das Gefälle ist zu steil. Pump. So, aber jetzt hat... So, ta, 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 ta. Ups. Und dann machen wir hier noch eins hin. So, dann passt das ja alles soweit. Und jetzt können wir auch... Warte mal, wir brauchen noch... ...disch. So. Pump. Gut. Das passt. Das passt. Das passt. Das auch. Das auch. Schule brauchen wir hier oben keinen. Dann. Hä? Der hält ja hier nirgends. Können wir das eigentlich auch abreißen? Oder nee, wir lassen es. Machen wir hier erstmal... ...ne Bushaltestelle hin. So. Oder wir nehmen hier die bestehende, gell? Rot-Grüne? Woa. So. So. Na gut. Okay, also haben wir das. Dann machen wir noch eine U-Bahn-Station dazu. So, ups. Hm, was das hier für eine ist, keine Ahnung, aber lassen wir es mal so. Ah, jetzt haben wir das. Dann brauchen wir jetzt hier ein paar von denen. Machen wir erstmal hier so eins rein. So. Und vielleicht noch irgendwas cooles. Ah, schauen wir mal. Was haben wir hier? Der bombastische Springbrunnen. Dann machen wir den hier hin. Und dann bauen wir jetzt hier die Straße noch mal ein bisschen anders. Ich mache es einfach so. Nein, es reicht nicht. So. Wunderbar. Und dann sagen wir mal wieder ein bisschen Energie. Oh, da hinten fehlt Wasser. Warum fehlt hier Wasser? Aber das Ding ist... Euch soll es nicht an Wasser fehlen. So. Hier war ja auch mal früher mal so Osterstau. Das ist... Auch weg. Oh, das ist... Oh Gott. Oh, das ist... Oh Gott, wie mache ich das jetzt hier? Jetzt muss ich mal kurz überlegen. Im Grunde müsste der hier gleich mit rein. Hm. Hör mal. So, schauen wir mal. Die Hölle. Warum halten die hier? Ich hasse es. Hm, warte mal. Wir machen das hier auch mal ein bisschen anders. Äh... Und zwar machen wir mal hier noch... Warte mal. Geht das? Ach du Scheiße. Scheiße. Ähm... Schauen wir mal, ob das was bringen würde, wenn ich das hier mal ein bisschen breiter mache. Ah, shit. Ähm... So, dann machen wir das auch mal kurz weg. So. So, die müssen wir verschieben. Kurz. Das hier mal ist weg. So. So. All... Mal das. Mal das. Da mal das. Und da geht's da hoch. Gut. Ähm... Na, hier sind die Straßen. Na, hier sind die Straßen. Ah... So. Das reißen wir mal kurz ab. Ab... Dann... Dann... Machen wir das mal hier dran. Und hier... Und hier... Und hier... Das Stammelstück weg. So. Dann kann man nämlich hier auch... Das hinmachen. Und von hier... Geht's dann dort hin. So. So. Jetzt mal wieder hier die ganzen Felder hinmalen. So. Gut. Gut. Mal... Der Strom... Hier brauchen wir nicht mehr. Gut. Eigentlich müsste ich jetzt auch wieder hier noch einen Kreisverkehr machen. Soll ich die... Die... Die anbinden kann. Aber dann ist das hier zu kurz. Na ja. Lassen wir es das mal so. Ähm... Schauen wir uns hier oben wieder um. Upsi... So. Wir brauchen wieder ein paar Gewerbegebiete. Dann machen wir hier das Gewerbegebiet rein. So. Und hier auch. Mal hier unten nicht. Aber hier so. Und dann hier drumherum. Und dann nehmen wir wieder ein paar Bäume. So. Alles schön ausmalen. Ausgezeichnet. So. Uh. Hier sind tausend Leute. Schauen wir mal wo der herkommt. Der wohnt in... Boah. Da hinten. Arbeitet... Ah cool. Der arbeitet bei der U-Bahn-Station. Und da geht jetzt... Ach da. Ähm... Ja. Wie sieht es eigentlich aus? Strom haben wir mal. Wasser haben wir genügt. Müll haben wir auch. So. Und hier müssen wir mal ein bisschen... wegholzen. Auch schon mal wie viele Touristen jetzt hier im Monat schon sind. Ähm... 521. Schnuckelig. Okay. So. Dann schauen wir mal wie die Arbeitslosigkeit aussieht. Sieben Prozent nur noch. Und wie viel fehlen uns noch zu dem Torbogen? Torbogen. Ah. 1200. Das geht voran. So. Jetzt ist halt die Frage. Wo mache ich das hin? Den... Wo mache ich das nächste? Weil hier ist jetzt wahrscheinlich Osterlärm. Schauen wir mal. Ähm... Verschmutzung. Gibt es hier sowas überhaupt? Wind. Ah ja. Lärm. So. Hier hinten könnte ich noch. Und hier so ein bisschen. Hm. Die Dinger können wir ja auch wegreißen. Die brauchen wir ja auch nicht mehr. Was ist jetzt hier? Ah ja. Ja. Ansonsten sieht es doch eigentlich recht gut aus. Transportturm. Ja. Hier unten. Das funktioniert auch. Und das funktioniert sowas dann überhaupt nicht. Naja. Und hier staut sich es auch ein bisschen. Okay. Na gut. Ähm. Dann war es das erstmal wieder für heute. Fürs Zuschauen bedanke ich mich vielmals. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Und ähm. Ja. Ja. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Amen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020